Noch heute wird es neue Details zu den nächsten zwei Updates für die Sims 4 geben, was gestern Abend von den Entwicklern geteilt wurde. Viel Spaß beim Ansehen. Heute Abend wird es spannend, denn wie die Entwickler gestern Abend auf Twitter geteilt haben, wird um 20 Uhr auf Twitch ein neuer Entwickler-Livestream veranstaltet, in dem die Sim-Gurus ein paar spannende Inhalte besprechen wollen. So soll es mehr Infos zum noch in diesem Monat erscheinenden Update für die Sims 4 geben, was wahrscheinlich noch heute Abend oder am Donnerstag veröffentlicht werden sollte. Weiter werden im Livestream mehr Details zu einem weiteren zukünftigen Update geteilt. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, was genau für Features hier vorgestellt werden. Außerdem möchten die Entwickler besondere Hot Topics ansprechen. Ich halte euch natürlich wieder auf dem Laufenden, wenn der Livestream vorbei ist. Eine kleine Theorie von mir. Normalerweise werden die Beiträge der Entwickler immer um 19 Uhr veröffentlicht. Dieser hier ist allerdings erst um 21 Uhr online gegangen. Der Tweet, in dem dann dazu geteilt wurde, was genau im Stream gezeigt wird, wurde um 23 Uhr veröffentlicht. Normalerweise aber teilen die Entwickler hier alle Informationen gebündelt in einem Tweet. Kann es sein, dass die Entwickler den Stream spontan beschlossen haben und dieser ursprünglich gar nicht für heute geplant war? Was denkt ihr, was im Livestream vorgestellt werden könnte? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.